Das Wochenende wird sehr sonnig. Nächste Woche wärmer, dann Abkühlung. Der Sommer wird um 2 Grad zu warm. Diese drei Aussagen sind allesamt Aussagen der Wetterprognose, allerdings mit verschiedenen Kontexten und verschiedener Grundlage und vor allem völlig unterschiedlicher Sicherheit. Und damit willkommen zurück, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Wetterlexikon. Und zwar soll es diesmal um die Wetterprognose gehen. Die Grundlage jeder Aussage der Wetterprognose ist ein Wettermodell. Was kann man sich darunter vorstellen? Ein Wettermodell ist in Wirklichkeit eine rechnerische Zusammenlegung aller Informationen, die man über das aktuelle Wetter beziehen kann. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Wetterhütten, in denen die Temperatur genau gemessen wird, die Luftfeuchtigkeit, Windstärke, alle Daten, die man aus der Atmosphäre und der Wettersituation vor Ort gewinnen kann. Und die werden international übertragen und durch Großrechner zu Modelle zusammengefasst, wobei es Wettermodelle gibt, die global arbeiten. Das heißt aber auch, dass sie aus dieser globalen Information heraus lokale Informationen gewinnen können. Also zum Beispiel gibt es das GFS, das ist ein Wettermodell aus den USA, das sehr oft zitiert wird, das von den europäischen Wetterstationen und Wetterredaktionen auch genutzt wird. Aber GFS ist jetzt nicht nur eine globale Zusammentragung von Daten, sondern man gewinnt dadurch auch das Wissen, wie es zum Beispiel in Deutschland ausschaut und kann daher von den Informationen, die man gewonnen hat und dem Wissen, wie es um die Geografie bestellt ist und wie sich das Wetter normalerweise verhält, hochrechnen, wie das Wetter weitergehen kann. Das heißt, egal ob ich mir jetzt den Wetterbericht für das nächste Wochenende anschaue oder ob es mutige Vorhersagen gibt, wie der nächste Winter werden wird, die Grundlage ist immer das Wettermodell. Und das Wettermodell darf man sich jetzt aber nicht vorstellen als eine Datenreihe, die die Atmosphäre von 33 Kilometer Höhe bis botennah untersucht und die verschiedensten Orte berücksichtigt mit all den Informationen, die man gewinnen kann. Es gibt alleine im relativ kleinen Österreich ein paar hundert Wetterstationen, die vernetzt sind und in großen Ländern ist es noch viel mehr. Sondern es ist auch so, dass dieses Wettermodell mit verschiedenen Läufen spielt. Und zwar die großen Wettermodelle mit bis zu 50 Läufen. Ein Lauf ist dabei eine Berechnung unter bestimmten Voraussetzungen, wie sich das Wetter verändern kann. Das heißt, man kann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, die verlässlichsten Daten nehme ich für den Hauptlauf. Der wird dann auch meistens für die Apps herangezogen. Und ich kann mir aber überlegen, was wäre, wenn dieses eine Hochdrucksystem 50 Kilometer weiter ist. Oder was ist, wenn das Hoch nicht über Afrika liegt, sondern zum Beispiel vor Portugal. Wie würde sich das Wetter dann verändern? Und mit diesen Rahmenbedingungen und diesen Abweichungen, auch unterschiedlicher Windsituationen, unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit, werden die Berechnungen durchgeführt. Und das wird viermal am Tag durchgeführt. Das heißt, ich habe einen Nullerlauf um Mitternacht, einen Sechserlauf in der Früh, einen Zwölferlauf zu Mittag, einen Achzehnerlauf und dann beginnt der neue Tag. Die Wetterredaktionen haben damit viermal am Tag eine Auswertung, wie sich das Wetter weiter gestalten kann, abhängig vom Zeitraum. Ich habe hier eine ganz simple Grafik nachgestellt, und zwar mit der Simulation von zwei Wochen Juni. Und wenn wir uns die Grafik ansehen, dann sehen wir, dass vom 1. Juni bis zum 3. Juni die Modelle alle ziemlich davon ausgehen, dass es ungefähr 19 Grad im Schatten hat. Nach dem 3. Juni wird die Sache aber schon etwas kniffliger, weil dann gibt es einen Lauf, der geht ganz nach oben und geht davon aus, dass die Temperatur über 30 Grad steigt. Es gibt einen Lauf, der relativ bald unter 17 Grad fällt. Die meisten bleiben aber noch eher beisammen. Das heißt, je weiter der Zeitraum entfernt ist vom aktuellen Beobachtungszeitraum, desto ungenauer kann die Prognose werden. Und daher ist der 14-Tage-Trend eine wichtige Information, da kann ich mir überlegen, wie könnte sich das Wetter entwickeln. Aber bis es soweit ist, bis wir die zweite Woche erreicht haben, können sich die Bedingungen schon wieder komplett verändert haben. Ganz anders schaut es aus, wenn man sich die nächsten zwei Tage hernimmt, weil da sehen wir, dass die Modelle ziemlich gleich sind. Das muss aber nicht so sein, wenn es zum Beispiel eine unbeständige Wettersituation gibt. Aber wichtig ist, jede Prognose unterliegt einem Wettermodell und dieses Wettermodell arbeitet mit verschiedensten Läufen, die wiederum viermal am Tag durchgeführt werden. Und das, was man im Fernsehen zum Beispiel sieht, im österreichischen Fernsehen arbeitet man gerne beim 14-Tage-Trend mit der roten und der blauen Farbe. Die blaue Farbe sagt, das ist zu kühl für die Jahreszeit, die rote, das ist zu warm. Und in der Mitte findet sich dann der Strich mit dem grauen Bereich. Je kleiner der graue Bereich ist, umso genauer ist die Prognose. Und so wie es hier bei dieser Grafik wäre, wäre am Anfang der graue Bereich sehr schmal, weil es abgesichert ist, dass es nicht nach oben geht und nicht nach unten geht, sondern dass eine stabile, angenehme Juni-Temperatur herrscht. Aber je ungenauer es wird, je mehr Läufe nach oben oder unten gehen, umso unsicherer wird die Aussage. Bekannte Wettermodelle sind das Icon aus Deutschland, GFS habe ich schon genannt aus den USA und das ECMWF aus Europa. Es gibt noch weitere im asiatischen Raum, es gibt noch lokale, es gibt auch Unterarten wie zum Beispiel GFS Austria oder GFS Germany. Aber in Wirklichkeit zum Beispiel viele nutzen für ihre Wettervideos auf YouTube GFS und das europäische System und vergleichen da auch gerne, was die Läufe sagen. Es kann sein, dass zum Beispiel GFS sagt für den Jänner und den Bereich Deutschland, Schweiz, Österreich, dass es sehr viel Schneefall geben wird. Und dann schauen sie sich das europäische Modell an und da kann es sein, dass die Europäer sagen, nein, von Schnee wissen wir nichts. Es kann aber auch sein, dass beide das bestätigen und dann ist das schon wieder eine Absicherung der Prognose, weil die Wahrscheinlichkeit damit natürlich steigt, dass auch wirklich dieser Schneefall kommen wird. Der Unterschied ist auch, dass diese Modelle verschieden aufgebaut sein können. GFS hat zum Beispiel in Mitteleuropa eine weiter geflochtene Struktur als das europäische, das enger maschig arbeitet. Je enger maschig man arbeitet, umso mehr Stationen werden berücksichtigt. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Österreich und vor allem an Westösterreich mit den ganzen Alpentäler denkt, ist das schon sehr wichtig, wie viel berücksichtigt wird. Je weiter die Abstände sind, umso ungenauer wird natürlich die Prognose. Ist völlig klar. Nachdem wir jetzt die Wettermodelle kennen und wissen, dass es da die Läufe gibt und das, was man im Fernsehen sieht, ist in Wirklichkeit die Zusammenfassung der Läufe und die Interpretation, geht es jetzt darum, welche Wetterprognose gibt es überhaupt. Und man unterscheidet dabei drei Stück, nämlich die kurzfristige, die mittelfristige und die langfristige. Die kurzfristige oder auch Kurzfristprognose, die kennen wir, wenn wir uns am Freitag informieren wollen, wie das Wochenende wird, weil wir einen mehrtägigen Ausflug planen. Sie sagt das Wetter für die nächsten zwei bis drei Tage an und man kann sie als ziemlich präzise bezeichnen. Bei der Grafik vorhin haben wir gesehen, dass für die nächsten drei Tage ziemlich stabile Temperaturen herrschen. Das heißt aber nicht, dass es immer so ist, weil es kann auch passieren, und das ist schon oft passiert, dass am Freitag heißt, am Samstag und am Sonntag gibt es Balewetter. Am Samstag war das auch so, aber am Sonntag kam auf einmal eine hohe Wolkendecke. Es hat nicht geregnet, aber die Sonne war weg und es war nicht kalt, aber definitiv kühler und zu kühl, um ins Freibad zu gehen. Und im Freibad hat man schon diverse kleine Naschereien und Wurstsemmeln und Sonstiges vorbereitet und dann ist keiner gekommen. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass es auch kurzfristig Wetteränderungen geben kann, bei denen sich die Natur nicht an die Mathematik hält und einfach ein anderes Programm einschaltet. Aber normalerweise kann man sagen, dass die Kurzfristprognose relativ genau ist. Wenn also Regen vorhergesagt wird, dann ist das meistens auch der Fall. Allerdings die Intensität ist nicht immer gegeben und wenn es ein sehr unbeständiges Wetter ist, zum Beispiel bei einem Höhentief, dann kann es sehr wohl passieren, dass in einem Ort es regnet und im nächsten Ort nicht. Und das ist auch mit einer kurzfristigen Wetterprognose nicht vorhersagbar. Schwieriger wird es schon bei der Mittelfristprognose. Normalerweise sagt man, die Mittelfristprognose bezieht sich auf die nächsten vier bis zehn Tage. Aber man kann die 14 Tage Vorschau, die man oft im Fernsehen auch sieht, durchaus auch noch da mit reinnehmen. Es gibt Situationen, am extremsten war es natürlich beim Jahrhundertsommer 2003. Da kann selbst ein sechsjähriges Kind eine problemlose 14 Tage Prognose machen, ohne irgendeine Fehlerquelle. Weil da war es monatelang heiß, trocken, teilweise schwül und wir alle können sich erinnern, wie das Wetter damals war. Es hat sich nämlich nichts geändert. Ein massives Hoch wurde durch diverse Tiefs eingesperrt und so kam es zu den Rekordtemperaturen, die bis heute noch in der Rangliste ganz oben zu finden sind. Aber normalerweise ist es so, dass innerhalb von ein paar Tagen sich die Wettersituation stark verändern kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele verschiedene Drucksituationen aktuell gegeben sind, wie schnell der Wind den Druckausgleich herstellen kann und diverse andere Rahmenbedingungen gegeben sind. Es kann eine sehr stürmische Phase geben, wo man innerhalb von zwei Tagen kaum sagen kann, wie es weitergeht. Und es kann natürlich auch sein, dass es eine sehr stabile Wetterphase gibt. Das kann im Winter genauso passieren wie im Sommer. Aber ich kann durch diese Wetterprognose natürlich abschätzen, wie sich das Wetter in etwa entwickeln wird. Es liegt dann vielleicht falsch, aber ich habe eine gewisse Idee, wie es wahrscheinlich nicht sein wird und kann mich darauf einrichten. Und das große Ratespiel ist die Langfristprognose. Die Langfristprognose sagt nicht, es wird sonnig sein oder es wird windig sein oder es wird regnen, sondern sie gibt über einen längeren Zeitraum, man sagt normalerweise über zehn Tage, aber wenn man die 14 Tage vorher schon noch zur Mittelfrist dazu zählt, dann über die 14 Tage hinaus, wie das Wetter sich entwickeln wird. Und zwar im Vergleich mit den langjährigen Daten. Also die langjährigen Klimadaten, das sind immer 30 Jahre, weil dann hat man so viele verschiedene Wetterinformationen, dass man einen Durchschnitt bilden kann und kann sagen, zum Beispiel am 3. Juni wäre ein typisches Wetter die Temperatur mit dem Niederschlag und Ähnlichem. Diese Klimadaten sind natürlich auch bei der kurzfristigen und bei der mittelfristigen Prognose wichtig, aber bei der langfristigen sind sie ein wesentliches Kriterium. Was macht man mit der Langfristprognose? Man sagt damit zum Beispiel sechs Monate im Voraus, wie das Wetter sich entwickeln wird. Und zwar nicht präzise wie für das nächste Wochenende, sondern es wird zum Beispiel zu warm, zu kalt, zu feucht, zu trocken, wie auch immer. Und zwar immer im Vergleich mit den letzten 30 Jahren. Und das ist relativ lustig, weil die Leute sagen alle, das ist ja Kaffeesudlesen, bitte, das ist ja alles falsch, das interessiert nicht. Aber wenn es das nicht gäbe, wäre sofort die Frage, naja, und wie wird jetzt der nächste Sommer? Und ich möchte aber schon ganz gern wissen, ob der heiß wird oder nicht. Und ich möchte ja doch meinen Urlaub planen oder was auch immer. Das heißt, lustigerweise behauptet jeder, ist ja uninteressant. Aber wissen möchte ich es eigentlich schon. Wie wird sowas gemacht? Es werden langfristige Indikatoren vor allem berücksichtigt. Und ein wesentlicher ist, neben der Atmosphäre, was passiert in der Atmosphäre, ist die Wassertemperatur der Weltmeere. Warum? Weil die Temperatur des Wassers, zum Beispiel im Atlantik oder im Pazifik, nicht so leicht geändert werden kann. Das sind riesige Wassermassen. Und damit sich dort die Temperatur ändert, da muss schon sehr viel passieren. Und daher kann man die wunderbar als Kriterium heranziehen und sich überlegen, wenn die Werte so sind, dann könnte es so vom Wetter her ausschauen. Die Langfristprognose hat dabei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal eine generelle Aussage, wobei in den letzten Jahren ist man meistens auf der sicheren Seite, wenn man sagt, der Winter wird wärmer, als er sein sollte und der Sommer wird wärmer, als er sein sollte, weil das meistens der Fall war. Weil wir die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen in den letzten 5 bis 10 Jahren erlebt haben. 2003 war ein ganz extremes Jahr, aber seither hat es einige ähnlich heiße Jahre gegeben und In den früheren Jahrzehnten war es zum Beispiel in Wien, der Bundeshauptstadt von Österreich, sehr selten gegeben, dass es eine Tropennacht gibt. Also zum Beispiel eine Nacht, bei der die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. In den letzten Jahren gab es Dutzende solcher Tropennächte in der warmen Jahreszeit. Aber diese Langfristprognose, die durchaus sehr dazugelernt hat, man verwendet sehr leistungsfähige Computer, ist trotzdem immer der Gefahr ausgesetzt, dass die Prognosen überhaupt nicht stimmen. Es gibt ein amerikanisches Modell, das NOA, das regelmäßig neue Berechnungen anbietet, die sich 6 Monate voraus beziehen. Und zum Beispiel das NOA hat für den Jänner 2023 vorausgesagt, dass Osteuropa und bis Russland viel zu warmes Wetter geben wird. Und tatsächlich war es in genau diesen Regionen deutlich zu kalt in Relation zu den letzten 30 Jahren. Das zeigt also, dass die Fehlerquote bei der Langfristprognose viel höher ist als bei der Kurzfristprognose. Grundlage ist immer das Wettermodell. Grundlage sind die Daten, die man schon bekanntlicherweise hat. Aber die Aussagen für die nächsten Tage lassen sich gut ausberechnen. Aber je weiter weg der Zeitraum ist, desto schwieriger wird es. Und die Langfristprognose ist eine interessante Wissenschaft. Wurde immer besser. Hat teilweise sogar auf den Punkt die zu warmen Temperaturen des Winters vorhergesagt. Die letzten Jahre war die Langfristprognose gar nicht so übel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie werden die letzten zwei Juli-Wochen für meinen Urlaub, dann habe ich damit ein Pech, weil das werde ich nicht erfahren. Es kann nur ein Trend sein, zu warm, zu kalt. Aber ob es viele Gewitter gibt oder ob es ein Hochwasser gibt oder ob es Trockenheit gibt, das ist damit nicht ermittelbar. Und damit sind wir auch bei den Unterschieden der Prognosen, weil die kurzfristigen Wettersituationen, die kann man viel eher erfassen, weil man Erfahrung hat, man hat die aktuellen Daten und man kann abschätzen, wie die nächsten zwei Tage verlaufen werden. Das ist mit der Langfristprognose nicht möglich. Dort geht es wirklich darum, dass man Entwicklungen anzeigt, dass man sagt, okay, es könnte jetzt zum Beispiel in Österreich im Juni sehr trocken sein, im Juli wird es viel regnen, das könnten Gewitter sein zum Beispiel und der August ist normal vom Regen her. Und die Temperatur ist immer um etwa ein Grad bis eineinhalb Grad wärmer, als es sein sollte. Das wäre so ein typischer Trend, wo man aber nicht weiß, wie das dritte Wochenende im Juni ist, sondern man hat einfach nur eine gewisse Grundinformation, wie sehr sich das Wetter unterscheidet von den Daten, die man aus den letzten 30 Jahren gewonnen hat. Und das soll es jetzt gewesen sein mit der Prognose und den Unterarten bzw. wie die Wettermodelle eingesetzt werden. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.